Sondermann und Hörnters Willkommen zurück zur Letzte League of Legends heute wieder mit dem jedoch sechsfälsten Chef der Welt ich bin zurzeit sehr viel Support Willkommen zu Sondermann mit Clarity Nein, Jonas ist nicht der Supporter ich finde Lulis genau lustig ja, wir haben ein ganz solides Team, die Gegner auch wie Jonas, äh, war der Flash aber dafür mit Iket Knight ne, ich hab das nicht ja, Shen ist Shen ah, Shen ist sogar da, okay wow das ist erstaunlich und ich habe gemeldet, die letzte Folge war ja wirklich full size das war ja ich krank ich bin glaube ich gerade wieder in full size auf es hat zu können nicht geleckt, deswegen bin ich jetzt verfickt optimistisch das ist wieder läuft die Lotte läuft hier richtig hart die Lungen das war Mann man hat hier nur zehn Jahre wir sind bei den Vorsitzenden Lussi ich hab das ist das Thema Lust, Lust, ich hab Angst us- das war das 걸�ring n �inging n wer das nen spätestens wer noch nicht schlecht wenn wir wegrennen oder so was was wird er wüscht 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 auch zu bocht so rocker diesen primal primaten oder sie okay also Poker schon mal nicht richtig drin und bloß den Markt folgen also der Champ allgemein das ist weiß ich ja als Wüßchen ist ja vor der Poker es ist ja der Poker King der Poker ist ein ganzes mal weg er hat nichts erreicht auch wenn der mit außerdem ist doch die passiven mit dann ist ein neues oder auch geplastet glaube ich sucht ja gar nicht zu pushen also war es ja 1 voriges Opfer Opfer Furze hihihi das letzte Blitzkrieg Game war ja nicht so nice glaube ich wieso kriege ich eigentlich Schaden wir hatten nicht mehr angeschossen seitdem habe ich neun Schaden bekommen neun ja schon wieder aber der hat mich wirklich angeschossen das habe ich so gut gesehen aber vorhin hat und wurde ich nicht angeschossen Lucie wir pushen ich habe Angst vor wie wegen ihrem krassen Ignite und Lucie No Flash GG haben die irgendwie Ignite ich habe ein bisschen angeschossen das ist niemand da ist ich habe eine ich habe ein bisschen angeschossen das bedeutet das ist nichts um schon das schaffst du noch weil ich einfach der kuh das war so nice herrl bläht sich das teil auf wenn sie sich weg wo das ist ja nice hallo soraka wie kann ich nicht hier sein hat er die ganze zeit gefahren werden wir wie gekillt haben zwei sekunden wow unbelievable nein No luck in this game? Oh man, was ist hier los? Was ist das eigentlich schon wieder für ein Game? Luck only oder was? Mann, ich komme. Ja, Shane, helf mir mal. Shane! Oh, oh, for harmony. My God. Shane! Macht Shane eigentlich, rennt er dumm rum? Jetzt ist er dumm, das ganze Teil drum rum gelaufen, anstatt irgendwas zu machen. Was macht er eigentlich? Der ist die ganze Zeit den Varus farmen, wie Sau. Jetzt farmt er noch die Lane ab. Na gut, der verteidigt aber trotzdem, ich finde es trotzdem assozial. Was, wenn man's mal? Einfach Kopf schütteln. Jetzt geht er bitte. Leider hat halt warfengesetzt, einen dezenten Farm-Verteil. Hat Katu-Sings sucht in der Liste. Immer wenn ich Farm-Vergleich machen will, finde ich die nicht in der Liste. Oh, guck mal da, Shane. Wow, der Varus ist das... Also, der Varus überrascht mich echt jedes Mal. Jedes Mal mit seinen geilen Skills. Oh, das ist ja... Oh, ich hab grad gedacht, das hier wäre Lucien. Ganz kurz und deswegen dachte ich, wow, warum geht's so Raka so nah an den Rand, ne? Letztes Mal hat Barriere ihm das Leben gerettet, dem dummen Varus. Nein. Ich bin nicht so auf Risiko, mein Freund. Ich bin nicht so auf Risiko, mein Freund. Ich bin nicht so auf Risiko, mein Freund. oder meiner was denn ich weiß gar nicht irgendwie hat ich dachte du machst es nicht mehr aber irgendwie als bei mir ist das irgendwie für mich so aus als hätte ich hätte zwar ein auto tech gemacht aber irgendwas hat noch alt mal der match gemacht als davor noch vor meinem letzten auto tech da hat irgendwas noch mal der match gemacht vielleicht minions wahrscheinlich denke das fläche west ha hallo freundliche freunde jetzt jetzt wird aber der spaß irgendwann hat der spaß darauf ja lucian ich fühle mich etwas oder so wir können ihn schon gleich kennen muss müssen noch weiter rauskommen warte worten wir dominieren die 10 5 1 und das erste war keine ahnung was das war das wahrscheinlich ich finde sowieso ein humor der ist immer full life das nervt so das ist das einzige was dann zu racker was racker kann ihren adi carry heilen und man ergeben deswegen passt auch perfekt mit adi carries zusammen die sowieso kein mann hatten haben so was sie kennen oder sowas oder andere fallen jetzt nicht ein aber kennen auf jeden fall weil ich kenne jetzt voll die krasse sauelda der macht voll den adi damage ne aber das geht schon als adi carry ist lustig kann halt stun und braucht kein mana also kann auch seine fähigkeiten benutzen und ich höre das natürlich ab und ich weiß gar nicht was gerade in dem spiel passiert irgendwie flashen alle so behindert mir kommt alles so vor als wir hier alle in bronze 5 also richtig oh you crazy dass sie mehr in den Tower kommen und sich so orientiert wie sau es kann wo er hingehen soll na gut mein Tod war ein bisschen unnötig glaube ich ein bisschen stark unnötig zuerst mal nur fernvorteil verschaffen scheiß auf ortsmann und auch keine words job es reicht wenn man das hat jetzt wird es langsam ein bisschen kake es ist es sich sehr selbstseher die wollen diven ich habe die wollen einfach bleiben nicht mehr nein sie auf sie 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 Ruby, für Vigor. Gems, hold their head. With Clarity. Problem ist, er hat aber auch zwei Kills und ich weiß nicht, ob es das so bringt. Aber ich habe schon das coole Item, Alter. Ich kann dich jetzt immer schützen. Das macht jetzt so einen unfairen Vorteil. Das ist wie eine zweite Barriere. Das ist so, wie wenn du einem sagst, so Barrier, Bitch. Ich mache doch noch Damage, wenn es will. Wenn man es will. Ich muss halt nah an den Blüten dran stehen, dann geht's. Der Typ ist leider ein bisschen overlevel, weil er gut farmen kann. Also er hat halt die Möglichkeit, gut zu farmen, ob er gut farmen kann, das weiß ich doch jetzt nicht. Wo ist diese Fixoraka? Ich habe dir gesagt, du sollst warten, bist du eigentlich behindert oder schwerhörig oder sowas? Wait, oh, ich geh mal rein. Ja, ich weiß bloß nicht, ob ich danach noch kann und ich kann nicht schreiben, weil Lucien ein behinderter Mongo-Neger ist. Ein behinderter Mongo-Neger zu sein, ist bestimmt ganz toll. Ich kann nichts drücken. Nichts drücken, wirklich. Oh, boah, sind sie... Fuck. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich habe noch nicht mal meine 3 aktiviert, die hat nichts. Okay, die hat ein bisschen hart, aber das ist mir egal. da wird ich wieder ich finde kotzen ich würde nicht sein aber ich würde nichts aus für scheiße ich war mir nicht sicher soll ich rülten oder so aber ich warte mir und sofort support aber naja das ist dabei rauskommen kann er ist auf der killings wie leute ja so lulu alle hast du wort nein hast du da rein gesetzt richtig ich hab kein wort nein hat mir noch mal in ruhe jetzt kommt sie wieder weiter ist die kraft drauf weil ihr die sonne hat doch wasser bild what the fuck alles sofort hochgehalten der junge keine ahnung für die weh genauer richtig nein was what the fuck oh man war das behindert ich wollte weggehen warum bin ich nicht weggegangen warum dominiert er so nur ein höheres level hat obwohl es ist eigentlich ziemlich viel großer vorteil aber trotzdem der lustig kann nicht mehr da kam oder diese vertieb sehr lucky war es ja behindert dach liegen dass lucien keine kids hat war es schon stimmt habe ich gar nicht dachte aha bis ich weiß sehr aus ich muss immer ich bin ich ja sehr ausgeglichen bei uns hat blöd dass lucien keiner hat und ich dafür geht aber ich habe das soll man dann machen den ersten da heute dann noch so eine weh rein verspätet ich kann ja auch nicht mehr viel machen weil zweiten weiß ich gar nicht mehr achten zweiten habe ich selber gekillt stimmt ne echter kommt wie wo die habe ich überhaupt nicht gesehen jetzt den wort auch überhaupt nicht ach leute lasst mich wieder verriegeln ja jetzt kommen sie wieder alle wenn sie wieder alle auf mich nur lullo könnte protokoll gucken sind jetzt eigentlich wieder alle bot lane das ist doch so behindert oh nein so wieso geht ihr auf wie why auf why killingsflüche war es so naja na befreund wenn ich jetzt immer noch können wir noch mehr killings machen sind ganz ja das war mir so klar ich raste aus die sind immer noch hier was ist das denn wollen wir jetzt noch das ganze match bis 50 hier bleiben oder was what the fuck geh auf deine fickle in wie gehen deinen scheiß jungle so das war mir es war mir es war mir so ich 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 wie hier Brilliantly. With clarity. Ruby for vigor. Unstoppable. Unstoppable. An enemy has been slain. Fangt sich Varus vor als Idiot. Also, da war das noch so, man dachte, der wäre vor der Idiot, vor das Opfer. Heil gar nicht, what the fuck. What the fuck is he doing here? Nein, falscher. Fuck. Ich habe alles gefehlt, was mir in diesem Moment fehlen kann. Ich habe mein Schild gefehlt. Ich habe meine Ulti gefehlt. Ich habe eigentlich alles in dem Moment gefehlt. Was geht eigentlich? Oh, naja. Warte, ich will dich heilen. Oder den da? Ich heil den. Jetzt habe ich eins statt Q gedrückt. Ich kann gerade richtig ausrasten. Was ist das für ein Spiel? Wieso habe ich jetzt eins statt Q gedrückt? Wie kann man denn eins statt Q drücken? What the fuck? C-O-N-L headquarters? Wui den Dortkreis. Und so. kennt das ich das. 便 nö nö. Ein物ess views geschlossen. Guck mal, wie ich so ein Geister-O-Ton habe. Ist das süß. Besser für einen Loser. Nein. Ey, Leute. Ich habe leider keine Ulti. Also, ich hätte schon die Ulti rein. Theoretisch. Aber. Aber. Ich habe es ja immer nicht. Was ist das eigentlich für eine Top-Lane? What the fuck? Na, gut. Good job, Leute. Das muss den Kills. Oh, er hat einen. Nein. Kill. Da wird Lulu good kids. Yasu good kids. Ich habe kids. Weniger gut. Ach Gott. Nein. Yasu, deine Lane ist gefickt wie Sau. Oh. Was macht sich mein Wort? Wenn ich es nütze, ich da unten. Oh, du kommst. Oh, du kommst. Mann, rein, rein, rein theoretisch. Ja, ja. Yasu, red. Ja. Teric, mid. Fick dich. I don't go mid, I make red guys. I'm doing this. Bitch. Is der an Bord? Nein, ich bin halb tot. Aber ich habe es geschafft, den Reed zu töten. Bin ich nicht tot. Fuck. Man hat nicht noch den auf den da. Äh. Ich glaube noch Kids machen, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Heinen soll, weil alle sofort sterben, also alle Gegner. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht, ob ich für die... Was soll, was denn jetzt für ein Flash? Der war der unnötige Seel, die ich hier gesehen habe. Oh, was zu ÖK ist. Okay, es gefehlt. Ich weiß nicht, warum ich einen Kill habe. Wahrscheinlich durch meine Passiv, ich habe alles Skills gespammt und passive. Das wäre cool, wenn die sich decken würde. Je nach wie viel Ability ich habe, stackt die sich. Und dann mache ich mehr Damage. Und mehr Codown Reduction. Je nachdem, wie viele Skills sich gespammt habe, dann würde es Teric zunimmt explosiv Burstermachen. Dann nicht mehr so viel längere Kämpfe, aber übelst ein Burstermann, hätte der dann... Ein, dass ich da noch zauberklingeln muss. Äh, hier dieses Lichsbane. Lichsbane ist sowieso OP mit AP Teric. Bei AD Teric dann halt Trinity. Warum auch immer man sowas machen sollte. Oder halt... Iceborn God, Lads. Werde ich mir wahrscheinlich wiederholen. Jo, ich mir mal, wenn es Spaß macht, das Spiel. Es macht gerade ziemlich Spaß, also... Oh, guck mal, das Set. Alles, Set. Hi, was geht ab? Du wurdest gestunnt über die Wand. Oh, das war jetzt ziemlich schade. Hehehe. Oh, oh. Haha. You really think this? Also, ich glaube ja, dass... mehr Menschen mit Hepatitis gibt als mit der Empfängerung. Ha! Sind wir jetzt gestorben? Fuck! Are you crazy? 1-E-5-Z? Uh oh. Hahahaha. Du ist hier neu an Assist. Ja. Das war's. Ha! Es war so schnell! What the fuck? Was war denn das jetzt für's Spiel? die die sind so geändert das war das ist ein Gehrecken heute in die Falle 20 Minuten um gleich aufgeben weil man so behindert gefickt wird das ist ja ich gut für die Männer müssen sie nicht mehr Zeit zu verschwenden jetzt war auch gewinnen können mehr Liga Punkte für mich gut damit bis zum nächsten Mal Ciao